Hey Homates, das Radespiel ist vorbei. Leider war keiner auch nur annähernd in der Nähe von meiner Scanneranzahl. Deshalb hat Daniel Gilbert gewonnen. Bitte schreib mir einfach eine PM über YouTube oder schreib deinen Namen unter das Video, wie du ingame heißt. Wenn es gut angekommen ist, werde ich in Zukunft auch noch ein paar Gewinnspiele mehr machen. Aber um euch noch die genaue Scanneranzahl zu zeigen... Die habe ich jetzt hier. Es sind 100.176 Scanner. Naja, ihr wart ja schon mal knapp dran. Viel Spaß beim nächsten Mal.